So Robin, weiter geht's in A Way Out. Wie werden wir denn den Nettenkerl mal foltern? Ja, also ich werde jetzt mal was mit der Taschenlampe ballern oder so. Strom! Schön in die Hüfte. Von deinem Oberschenkel. Boah! Nagelpistole. Ja, nimm mal die Nagelpistole. Der Klassiker sagt er schon. Ja, ich nehme schon mal den Schweißbrenner. Boah! Alter! So, jetzt komme ich mal mit dem Schweißbrenner. Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt dran mit der Brechstange. Also, ich glaube... Ah, komm, wir haben nur noch die Pistole. Oh. 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 Okay. Start talking then. All right, all right. Calm down, man. Calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth. I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah. That's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, all right. Calm down, man. See you later. Hey! Let's go. Guys! Yeah. Where are you going? Don't leave me here! You're crazy! Untie me! Guys! Come back! Nichts die Luft. Oh. Guess we're heading down to Mexico then. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? What does it look like? Wait. Step aside. Lass mal. Lass das mal Profi machen, Kollege, ne? Der kann. Der kann. Ja. Du nicht. So. Lass auch fahren. Mesut. Diese Nase einfach. Die springt dann immer so ins Auge. Ah. Fliegen. Guck mal. That's good. I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. You can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Man can see a bank of j regards to cash that diabetic is in a box of books. It's easier to find the bike to doks. are there any times when she enters into a box of cars. Einen Tanksteinüberfall, lass mich raten. Gasstation? Du denkst, sie werden genug Geld haben? Sie haben besser. Ich gehe nicht nach Harvey mit nur einem Handgun. Ja, naja, ich glaube, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden. Okay, dann. Bereit? Ja. Warum nicht du mir die Schlüssel? Was meinst du? Schau, wir müssen einen hohen Profil halten. Das ist nicht wirklich dein Ding. Ich sage, wir machen das den besten Weg, Mann. Nur in und ab. Ich sage, wir machen das den einfachen Weg. Das ist nicht eine Szene. Jetzt dürfen wir wieder entscheiden. Ich würde aber jetzt wirklich sagen, lieber die ruhige Variante, also du. Ja, okay. Die ruhige Variante. Ja, wahrscheinlich. Gib mir eine Waffe und dann hast du eine ruhige Variante. Boah, wie er gechillt läuft. Kein Problem. Roy und Rogers. Was? Ey, bleib stehen. Ah, ich bin knapp. Kann ich den abknallen? Excuse me. What do you want? Shall I look up on the wrong side this morning? This country is on the wrong side. Just look at these gaspreises. Wer die Schild hier irgendwas mit den Preisen? Oh, yeah? Well, how am I supposed to get around? I walked miles to get here. Walking is good for your health. Leo, wo willst du hin? I don't want to hear that hippie talk. Some hippie attitude might do you good. Ich dachte, da steht noch was anderes, aber... Ich kann nicht ziehen. Schade. So, Leo, komm. Rein geht's. Bin da. So. Ich hab ne Knarre Überfall. Boah, hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. Oh, Bonbons. Oh. Ding, yum, yum, yum. Yeah, yeah. Why are you asking? You seem a bit on edge. I'll leave you alone. Okay, thanks. Was ist hier noch? Damn, I'm really thirsty. Ich will auch eins. Moment. Boah, Ex. Ey. Warte. Wieder weg. Ich trink du mal. Ich brauch keinen. Ich trink mich voll. Ich trink mich voll. Toll. Guck mal. Vor allem, er stellt's mir da rein. Guck mal. Ja. Ist doch nett, ne? Ist doch Fun drauf, ne? Kannst du? Na. Der Trinker musste das wieder machen von uns. Ich trink keinen Alkohol. Aber ich kann, wenn ich's richtig gesehen hab, kann ich zum Beispiel auch nicht zu dieser Angel. Das, was du gemacht hast. So. Sabotieren. Telefon. So. Hm. So, ich start meinen Raubüberfall, ne? Ja. Ich bin der Kameramann. Hm. Oh. Pff. Das ist nett. Das ist nett. Es ist nett. Es ist nett. Es ist nett. Genau. Hände auf, Ma'am. Alle, bleiben ruhig. Wir wollen niemanden verhören. Wir wollen niemanden verhören. Ja. Es ist nett. Es ist nett. Es ist nett. Kann ich den als Geisel nehmen? Nee. Ich geh mal hinten rein. Nicht nur noch ein Wort von dir. Sit down. Oh. Jetzt bleib da und schau. Okay? Okay? Nicht nur noch Panik. Okay. Geh hier, Mann. Oh. Du Scheiße. Oh. Ich bin gut. Los geht's. Ich komme. Der Klerk ist auf. Schau sie mir. Gib mir den Klerk. Nicht los. Schau sie mir. Wir brauchen eine Kombination. Oh, du weißt. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wofregen. Ne, ich. Hol, mal den Code vielleicht. Ach, scheiße. Code besorgen. Wir brauchen eine Kombination. Ich habe es nicht. Ich würde nicht zu schmerzen, aber ich würde ihn. Gib mir die Kombination. Okay, relax. 127 ja ja aber alarm die tür machen wir auch noch mal auf die uns geht das schritt gleich aus ja problem make sure to bring the goods ok yeah i know where that is got it alright see that so we got the guns you trust this person i do stop worrying it's not good for your heart my heart is just fine i just want to know what we're dealing with relax mr paranoid i trust her ok besides she owes me one now let's go get those guns if you say so you need to relax more right hast du gesehen wie viel bargeld es gab nee da war nur ein riesiger haufen ein haufen bargeld aber ich glaube tankstellen haben ja auch nicht so viel drin oder ja ich denke nicht das ist eine aussicht sieht schon geil aus jetzt kommen wir zu mrs afro das ist auf jeden Fall nicht Lydia ja ich bin gut 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 ich bin Vincent oh hallo Vincent wie toll mich zu treffen wir kommen uns nah du bist ein verdammter idiot warum du kannst du deine ganze Familie komm raus hey was ist mit dir was ist mit mir was ist mit mir was ist mit dir du denkst du ich hier ich verkenne ich verkenne ich habe dir gesagt ich mache nichts mit strangers und dieser Mann sieht wie ein stranger zu mir hast du ein Problem mit mir ja ich habe ein Problem mit dir hast du ein Problem mit mir hast du ein Problem mit mir so wui hier wir go who the hell is this guy okay let's just get those guns and we'll be out of here in no time okay okay Jasmine hey try to shoot this ball hey try to shoot this ball ach soo du musst dir jetzt eine Waffe aussuchen ja aber der wählt nichts mehr an ich geh nochmal weg und dann nochmal neu vielleicht ich eventuell ah jetzt ja die will ich haben oh ne die M16 der erste Feuerwehrsäule die Jungs in Nam benutzen diese komm ich werfe mal eine Flasche und ich muss es glaube ich wegballern oder das ist aber glaube ich nur eine Übung als Ziel mal Achtung eins zwei drei ich sehe die Flasche kann auch leider nicht höher ah abrollen ah ok so komm mal der wirft aber ganz schön krumm ja wieder egal wird schon funktionieren ja muss dann nehme ich jetzt kann ich auch nichts mehr wählen all right what do you do my old friend bleib mal stehen bleib mal stehen wir mal gucken noch zu hast du die Kugel gesehen ja eins ist nachladen ok ja ich guck noch mal guck mal ob noch da was für besser ist mit du mal bitte eine flasche warte 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 mal die austesten ja 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 will ich die andere will ich die andere wo du hattest hello baby aren't you badass so ja waffe wählen und testen also ich glaube wir müssen jetzt beide jeweils einmal die flasche treffen könnte ich mir vorstellen abfahren wenn bereit ich versuche nochmal ja warte warte jetzt nochmal knapp du hast ja schon getroffen ja ja aber bei mir steht versuchen wir es noch bei dir ja vielleicht müssen wir das auch gar nicht machen aber egal warte hab ich sie getroffen? nee warte komm gut du bist immer in eine andere Richtung du musst immer in eine andere Richtung ich drück immer nur R2 ich mach gar nichts egal wir versuchen mal zu warten ah gehen was du willst du willst? mach es einfach du sagst mir nicht was zu tun was zu tun I don't know what your problem is, but I don't like having guns pointing at my face. Soll ich nicht vollhabern? Willst du da Winker noch? Ja, aber erstmal eine Rauchung. Die Zigarette danach. Hast du jetzt auch eine Schnellschusswaffe gewählt? Oder was war das? Ja, die M16 habe ich. Ah, okay. Also beides... Einmal Schrot und einmal Schnellschuss. Aber ist auch peng. Kriegen wir schon hin. Das ist auch ein Schlitten, du. Ich dachte mir schon, dass die uns nicht koscher ist. Mhm. Wohl die ganze Zeit nichts sagen, aber die hat sich so komisch verhalten. Auf die bestimmten Huawei an. Irgendwann schickt die jetzt auf uns. Ja, siehste. 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 Ich spreche dir später. Harvey! Harvey! Was ist das? Ich habe ihn gefunden. Gut. Mach sicher, dass wir unseren besten Mann auf das legen. Ich will ihn tot. Hast du das? Ja, Boss. Ja, Harvey, dich werden wir auch noch killen. Keine Sorge. Den besten Mann. Der wird jetzt auf uns angesetzt. Ich dachte, der war im Knast schon auf uns. Los. Meine Frau. Oh, ist Ihr Vater? Oh, ist Ihr Vater? Mein Name ist Carol Morelli. Ich bin pregnant. Und ich denke, ich gehe in die Arbeit. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ein anderes hier nicht vergessen? Oh, ohne Adresse wird schwer, ne? Ja. 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 Ich hoffe so. Ja. Ich auch, Mann. Ich will nicht nach Mexiko gehen. The Calm before the Storm. Ja, ist es ja jetzt eigentlich auch, ne? Die Ruhe von dem Sturm. Ja, ist es so. Ja. Kann ich jetzt da reingehen? Ne Maus. Ich brauch klein Geld. Ich frag den Panner mal, der so beschenkt ist. Katspacho. Wollte ich immer mal sehen. Hä? Du bist auch okay? War, Mann. F**t mich ab. Wirklich, f**t mich ab. War kann das tun. Das kann das. Hast du Service? Nein, ich habe nicht. Was du denn das? Nie 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 Nie. Der gibt mir Geld. Lass ihn mir einfach in Ruhe. Vom Obdachlosen erstmal Geld gezogen. Mein Lieblingsherr. Hey, es ist Vincent. Ja, ich bin gut, danke. Schau, ich brauche irgendwo. Uh, morgen. Kannst du das funktionieren? Okay, gut. Was? Wann? Wo ist sie? Okay. Okay, okay. Danke. Ich glaube wir werden einen kleinen Abstecher machen. Ich denke auch. Kann mir vorstellen, es geht nicht zum Krankenhaus. Ich werde verharrt haben. Willst du meinen Partneronkel von meinem Sohn? Oder meiner Tochter? Wie geht es sich an? Okay. Ich bin gut. Aber ich muss irgendwo sein. Hey, du kannst nur weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert und ich muss da sein. Okay? Vincent. Ich bin nicht weg. Wir kommen zu weit, um zurück zu zurück zu. Du musst mit mir sprechen. Dicke mir, was in der Hände passiert. Sie sprechen mit mir. Ich spreche mit mir! Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ja, guocke mal. Der beste Mann von Harway. Wie ist denn der gerade gerannt? Boah, drei Bildschirme hier. Rennen! Wo ist Kino? Hier sind unsere Waffen. Im Auto. Uh. Fuck. Musst du wieder so drücken. Oh. Kannst du nicht hier diesen Akten-Ding vor die Tür schieben? Oh. Boah. Boah. Boah, ich kann gleich nicht mehr. Kann ich. Beil dich. Oh. Ja. Zu spät. Ja, shit. Ich glaube, das andere große müssen wir das später verschieben. Ja, ähm. Ich hab den Schrank gar nicht gesehen. Shit. The guns are in the car. There's no time for that. We have to go. Come on. Yeah. Yeah. Come on. Come on. Yeah. Wie am. Come on. Leo. Hold on. I'll help you barricade the door. ja verschiebst du dann gehe ich hoch komm hier, ich lege dich hoch komm hier, ich lege dich hoch ich glaube wir müssen mir helfen, ja oha na jetzt aber mal schnell rein ja boah das war knapp wir sind noch nicht durch jetzt müssen wir uns bestimmt verstecken ja ja wie viel magazin hat er denn dabei halt schieben ja komm ich glaube alleine kann ich nicht ja das müssen wir drüben dann auch machen oh guck mal wer unten im theater steht hier ja ah warte, warte, warte glaub ich ne ja weiter, weiter, einfach weiter geh dann ja 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 das ja 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 Freut dich nicht zu viel. Boah, hoffentlich geht's aber dann nicht im Krankenhaus ab. Ich weiß, aber du bist richtig. Natürlich bin ich. Du wissen, dass ich bin. Ja. Schau, du hast uns diesen Flugzeug, nicht wahr? Ich habe. Hier ist das, was wir machen. Wir gehen zum Krankenhaus, du sehen dein Kind, und dann gehen wir diesen Flugzeug. Du bist mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Vincent, ich muss dich auf diesen Punkt vertrauen. Du kannst mir glauben. Okay, dann. Los geht's. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir und zu. Entschuldigung. Du bist mit dir. Du bist mit dir? Ja. Ja, zurück nach dem Krankenhaus, die Art du hast du dein Baby und so... Ich meine, sorry für die sch***, ich... Ich habe es nicht gesagt, in eine schlechte Weise, aber... Ja, auf jeden Fall, es ist ein tolles Ding, zu sehen, als du ein Kind zu creierst. Ja, ich kann es vorstellen, dass es ist. Was ist falsch, Mann? Was ist das Problem mit dir und deinem Frau? Ich... Look... Carol ist die Liebe meiner Leben. Wir haben immer noch einen Kind. Wir haben versucht, seit Jahren. Every time wir verletzten, es war wie ein Teil uns zerstört. Und wenn es endlich passiert, der Tag, als wir herausfinden, wir haben nie so glückliches. Dann... alles ging nach hell. Und ich bin in der Präsenz. Damn. Ja. Ich bin mal gleich auf die Reaktion gespannt. Mhm. Und das war auch ein perfekter Übergang von dir jetzt. Denn wir werden jetzt erstmal kurz wieder Pause machen, und dann sehen wir, wie es im Krankenhaus hier weitergeht. Deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.